Auch Prinzessin Eugenius Ehemann Jack Brooksbank hat eine unwahrscheinliche Verbindung zum Hollywood-Königshaus. Er hat als Markenbotschafter für Casamigos Tequila gearbeitet, die Spirituosenmarke, die von George Clooney und seinen Freunden Rande Gerber und Mike Meldmann gegründet wurde. Die Nachricht, dass Jack dank Clooney zum Markenbotschafter wurde, hat bei vielen Menschen Zweifel an der Beziehung zwischen George und der Herzogin von Sussex aufkommen lassen. Meghan hat wiederholt ihre Faszination für destillierte Getränke zum Ausdruck gebracht und sogar öffentlich ihren Wunsch geäußert, Botschafterin für eines davon zu werden. George Clooney ignorierte Meghan jedoch völlig und entschied sich stattdessen für den Ehemann von Prinzessin Eugenie. George Clooney ignorierte Meghan jedoch völlig und entschied sich stattdessen für den Ehemann von Prinzessin Eugenie. Während ich mich im Allgemeinen dafür entscheide, meine Pfeife mit einem Glas Rosé oder knackigem Sauvignon Blanc zu befeuchten, verlangt der Tag manchmal nach einem Tequila-Cocktail, gab der Tee Cup bekannt. Marvel schrieb damals, ich habe viele Dinge wie Mexiko, aber jetzt möchte ich Tequila-Cocktails in England etwas anders machen. Als Meghan Markle Prinz Harry heiratete, war Paul Roger der offizielle Champagner und bat Leite das Bier der Wahl. Es gab auch einen speziell für die königliche Hochzeit kreierten Tequila-Cocktail mit dem Titel Van Harry met Meghan. Jetzt vertritt Jack die Marke, die kürzlich für eine Milliarde US-Dollar an Diageo verkauft wurde, in erstklassigen Veranstaltungsorten wie Hotelgruppen und Privatclubs und klärt die Verbraucher über die Markengeschichte und die Geschmacksmerkmale auf. Bei seiner Ernennung im Jahr 2016 sagte Jack, dass er von seiner vorherigen Rolle im Club Bonteria im mexikanischen Stil in Chelsea, London, begeistert sei, dem Unternehmen beizutreten. Jetzt wird seine Rolle dann Josh zu Hause erweitert. Ich freue mich sehr, Teil der Casamigos-Familie zu sein. Es ist eine sehr aufregende Zeit für die Marke in Großbritannien, da sich die Denkweise der Verbraucher in der Tequila-Kategorie verändert. Leute sehen Tequila nicht mehr nur zum Schießen, sondern entscheiden sich für hochwertige Ultra-Premium-Trink-Angebote, wobei Casamigos aufgrund der einzigartigen Produktionsmethoden, des milden Geschmacks und des fehlenden Anbrennens unserer preisgekrönten Abfüllungen führend ist. Ich freue mich darauf, das Casamigos-Portfolio an neuen Veranstaltungsorten vorzustellen und das in Großbritannien einsässige Haus- und Freundesnetzwerk weiter auszubauen, um der Marke dabei zu helfen, immer stärker zu werden. Jack ist seit seinem Abschluss an der Universität Bristol in der Hotelbranche tätig und war zuvor Geschäftsführer des Promi-Hotspots at .mosfera im Londoner Stadtteil Mayfair. Dann wurde er von seinen ehemaligen Kollegen Mark Burton und dem Geschäftsmann Guy Pally, einem engen Freund von Prinz William und Harry, gebeten, ihren mexikanischen Club Panteria zu gründen. Dort entwickelte Jack eine Vorliebe für Tequila, insbesondere für Casamigos, und arbeitete eng mit der Marke zusammen, um Partnerschaften zu knüpfen und sich Fachwissen über das Produkt anzueignen, was ihn zum idealen Mann für den Job als Markenbotschafter machte. Während seiner Hochzeit mit Eugenia vor ein paar Jahren, an der auch George und Amal teilnahmen, gab es eine aus Wermas geschneiderte Casamigos-Cocktails, die den Gästen serviert wurden. Sie könnten auch eine weitere Überraschung erleben, wenn Clooney beschließt, seinen Tequila hinter der Bar einzuschenken, wie er es angeblich bei der Hochzeit von Harry und Meghan getan hat.